Musik Sehr geehrter Lord Abaddon, wir sind Anonymous Deutschland. Lange Zeit haben wir alle auf ein Statement zu dem, Lord Abaddon Skandal, gewartet. Jedoch gab es von ihnen kein Publikes Statement zu diesem Thema, weshalb viele von uns immer noch misstrauisch sind. Es gab viele Videos zu diesem Thema, jedoch wurden viele direkt wieder entfernt, nachdem sie, ihnen mit juristischen Konsequenzen gedroht haben. Das war nicht okay. Auch die Shitstorm-Attacke von ihrer Community war nicht zu verantworten und sie haben diese auch noch dazu ermutigt. Wir fordern von ihnen, ein detailliertes Statement zu diesem Thema und eine Entschuldigung zu allen Opfern, die unter jeglicher Weise durch sie geleitet haben. Wir sind Anonymous. Wir sind viel. Wir sind jeder. Wir sind niemand. Wir vergessen nicht. Wir vergeben nicht. Erwarte uns. Anonymous. Anonymous. bowem. び. Vielen Dank.